Hallo Leute und herzlich willkommen hier bei GUSHU Gaming. Heute spielen wir eine Runde Minecraft. Und zwar spielen wir auf Hypixel eine Runde Bad Wars. Und dann würde ich sagen, fangen wir direkt an. So, wir holen uns hier erstmal Equip. Ich baue das Bett ein, und sobald ich viel Gold habe, geht's los. Außer der baut es jetzt ein. Und da haben wir das Gold für eine Eisenrüstung. So. Ich finde die Tower hier so funny. Ich mag die. Und wenn ich der Letzte aus meinem Team bin, oder einfach so, wenn unser Bett weg ist, oder auch manchmal so, wenn unser Bett nicht weg ist, und die Gegner kommen, dann platziere ich einen Tower, baue dann darin so einen kleinen Apparat auf, wo dann TNT an eine gewisse Position fällt, verschanzt mich dann oben, und sobald dann der Gegner sich reinbaut, werfe ich das TNT runter, und dann sprengt der Tower. Das finde ich immer voll funny, wenn dann die Gegner da drin waren. So, rot, dass ihr wisst, hier, wir haben jetzt hier, den jetzt guck, da baue ich dann, eigentlich habe ich dann hier immer so zugebaut, habe ich hier so. So, rot, dass ihr wisst, hier, wir haben jetzt hier, wie auch hier, oder, wo, wo und den questionnaire andreffen! So, wenn wir Zhiyu finden die eben ein bisschen, denn es ist Analytics, passive ist separatische Ein affiliate, und wir schauen mal auf,cióabel, und wir schauen nach morgen. Oh, genau. Schönen guten Tag Bitte geht von ins Reinsel runter. So, ich mache das jetzt einfach mal hier so in der Luft. So, hier mache ich einen Block hin. Hier das baue ich ab. So, dann muss ich hier nur noch das TNT dran platzieren. Dann baue ich mich gleich mal in die nächste Etage drauf. Egal, habe ich ihn gesprengt noch? Ach, es waren eh die letzten. Aber ich glaube, er ist eh gesprengt hier drinnen. Ja, glaube schon. Junge, lass mich doch das Bett einbauen. Hallo, kannst du es mal bitte lassen? Jetzt muss ich das alles wieder abbauen. Ach, Mist. So, dann würde ich sagen, spielen wir jetzt nochmal eine kleine Runde Murder Mystery. Und es geht los. 3 Prozent. Ja, war ja klar, dass ich unschuldig bin. Also, ich habe das einbauen. Männ vac Kasper. Also, warum? Ich sch establish. Also, ich mache eine kleine Runde Rodriguez. Und schon, dass ich hier noch mehr klebe, also something, dass ich dabei mache. So, dann geht es aus. Und wenn ich die Ceopía komme, dass ich oder nicht darum клиke mache, Und ich würde mich auch nicht abandonn, oder in das líne kommtта персонаж. Und ich würde mich einfach nur ans vors na soll. Wenn ich lieber Ten im believe ver So Leute, ich würde mal sagen, hier bei der Mildermüsse gibt es auch noch Infection. Das habe ich noch nie gespielt. Ich würde sagen, das probieren wir mal aus. Das muss man hier machen. Ach, sowas habe ich schon mal sowas ähnliches gesehen. Da gibt es dann so einen Zombie, einer, der muss gekillt werden. Da müssen die anderen auch... Ja, das kenne ich. Also, ich habe es noch nie gespielt, aber ich weiß, wie es funktioniert. Ich habe es noch nie gespielt, aber ich habe es noch nie gespielt. Ah ja, jetzt joinen ganz viele. Wahrscheinlich war jetzt gerade da eine Runde und die ist jetzt fertig und deswegen joinen jetzt hier 10 Millionen Leute. Also, wahrscheinlich gab es auch nur diese eine Runde, die in diesem Spiel lief. Überlebende. Gibt es nicht irgendwie auch Waffen oder so? Ah, jetzt hier. Ich möchte mal sehen, wie die Infected aussehen. Ich möchte mal schauen, wie ich kann das hier aufmachen. Ich möchte mal sehen, wie ich könnt. Ja, jetzt sicher. Ich möchte mal sehen, wie ich zache, das in der Tür. Ich möchte mich schon mal sehen, wie ich immer weiß, wie ich in der Tür. Ich möchte nicht die Infected aussehen, sondern ohne die Nachbar. Bei mir selbst sehe ich das jetzt gerade nicht. Alpha wurde aufgedeckt, heißt doch jetzt, dass wir jetzt nur noch gekillt werden müssen. Und dann haben wir gewonnen, weil der Typ, der unser Boss ist, ist schon tot. Ich habe ihn doch gehauen, dachte ich. Okay, fand ich nice, das Spiel. Ah, schnell Sicherheit bringen. Und wieder raus. Oha! Ja klar, natürlich bin ich gestorben. Nein! Tschüss! 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 Das war's dann mit der heutigen Folge. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal! Tschüss!